Moin Leute, herzlich willkommen zur neuerne Folge von Wobbly Live am heutigen Tag zusammen mit German Let's Play! Hallo und wuuuuuuuuuuuuuuuhhhh Du hast mich irgendwie angeschoben! Mengel hatte die glorreiche Idee, dass wir bei der Anmoderation hier so runter zurffen. Ja, jetzt? Ja, warte, warte, ich mach ich, jetzt bleib drauf, bleib drauf! Nein, warte noch! Uaaaahhhh! Nein, nach Kochkande! Ey, boah, bist du ein Spielverderber! Warte, ich hab hier noch nen Try! Ja, okay! Ja, dann geh drauf! Nicht ziehen, nicht ziehen! Ja, doch, muss ich doch! Nein, 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 nein! Doch, ja dann, aber geh doch drauf! Ja, will ich ja! Und halt dich fest! Ja, will ich ja! Halt dich doch fest an dem Ding! Dann zieh ich dich und dann surfst du da runter! Ja, nicht ziehen! Das geht von alleine! Ich hab's dann gerade... Aaaaaaah! Leute, wir haben beim letzten Mal den Maya-Tempel gesprengt und werden ihn jetzt betreten! Komm mit! Das war die größte Enttäuschung dieses Jahres! Du bist die größte Enttäuschung des Jahres! Ey! Oh Gott! Ganz ehrlich! Merk dir die Aufzeichnung! Das sind unsere Vorfahren! Halt dich mal fest! Oh! Wenn du mich hochziehst, Alter! Wo kommen wir denn mit den Augen? Ui! Lass mich weg! Ah! Au! Warte, du musst vorsichtig sein! Vorsichtig sein! Hier könnten Fallen auf uns lauern! Ist das hier ne Trip-Platte? Ah! Ah! Okay! Oh, es ist jetzt aktiv! Oh, schade! Dachte ich mir! Ich wusste aber nicht, dass es aktiv bleibt! Ganz ruhig! Warte! 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 Vorsichtig! Nein! Oh Gott! Engel! Warte! Als ob! Hallo! Man wird resettet? Ja! Oh, das ist geil! Warte! Hopp! Warte doch auf... Warte doch auf mich! Warte doch! Warte, ich teste das! Oh Gott! Ey! Hallo! Nein, nein, nein! Das war so Karma! Ich leb noch! Oh nein! Egal, ich bin krass! Oh, guck dir das an! Boom! Hallo! Schieb dich doch rein als Drache! Weil du immer nur Quatsch machst! Mach keinen Quatsch! Doch! Brauchen wir... Wir brauchen eine Bombe! Ah ne! Ne! Oh nein! Rätsel! Oh, Spiegel! Ah ja! Ah ja! Okay, ich weiß was wir machen müssen! Den müssen wir dann vermutlich drehen! Ich dreh's! Ja, ja! Dann müssen wir den... Der muss... Hä? Ah ja! Ja, ja! Ich weiß! Komm mit! Dreh mal weiter zu dem hier! Was ist das? Ja, genau! Das musst du so drehen, dass der hier hinschießt! Das geht nicht, weil es ein anderer Winkel ist! Achso! Ah! Okay! Okay! Dann macht's Sinn, dass der vermutlich erstmal zu dem hier schießen muss! Werder! Oh! Das wird richtig sein! Ah ja! Und dann... Den minimal drehen! Ah ja! Warte! Mach mal! Ich drehe ihn! Der auch schon den nächsten, den wir treffen müssen! Ja, warte! Ja! Hab ich? Ja! Warte! 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 Wie denn noch? So? Äh... Ne! Noch mehr zu mir! Du triffst mich ja gerade gar nicht! Ja, ja! Warte! Jetzt? Warte! Ja, ja! Stopp! Stopp! Zurück! Zurück! Ja, ist nicht so einfach! Jetzt! Ja, ja! Jetzt hier den! Der schießt hier zu mir! Ich muss... Ich drehe den hier! Ja! Wir müssen den dann nochmal drehen! Oh ja! Und der schießt zu dem! Der schießt dann hier hin! Okay! Warte! Ich muss den nochmal hier ein bisschen... Oh ja! Und jetzt hier rein, oder was? Ah! Es hat sich geöffnet! Es hat sich geöffnet! Schnell, komm! Äh, da kam wer her! Oder? Oh! Hahaha! Ne! Ne, wir kamen doch! Ne, wir kamen doch! Ne, wir kamen ja nicht her, meine ich! Hier geht's weiter! Hahaha! 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 Nein, das ist der Ausgang! Hahaha! Junge! Indianer Jones! Aber das ist echt dumm, ne? Was? Weil es gibt noch zwei andere Türen! Das hier war mit sicher die Main-Tür! Und bei den anderen sind noch Geschenke! Also wir müssen uns das merken! Okay! Okay! Oh! Tabaluga! Ja! Ja! Warte! Ah! Oh Gott! Ah! Oh Gott! Nicht reinwerfen! Ja, hä? Ja! Ja! Ja, ja! Okay! Die Plattform ist richtig! Okay! Ja, warte! Ja, ja! Dann ist da richtig! Nicht drauf! Nicht drauf! Welche? Wo bist du? Hier die! Hier die! Und jetzt machen wir so! Achte! Ja! Der ist eh richtig! Ja, aber wir fallen doch sowieso runter, weil alles runterkriegt! Ich weiß! Das macht gar keinen Sinn! Ah! Guck! Oh! 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 estão! Oh! Okay! Das ist so hoch! Das war einfach nicht so hoch! Ok! Ich bin zweimal gerade und dann rechts. Ah ja, okay. Wir haben gerade, gerade. Ich überspringe ein. Scheiße. Ich mache es trotzdem. Wie geht es denn weiter? Gerade, gerade und dann? Ja, einfach. Das ist try and error. Wir haben es ja. Wir springen immer weiter. Warum? Hä? Aber ich habe jetzt gerade, gerade probiert. Und dann links, rechts und geradeaus. Und keins davon ist es. Ja, warte ab. Immer links. Ich überspringe den ein. Ach, scheiße. Nee, doch links war richtig. Hä? Was ist links? Wo? Warte. Geradeaus, geradeaus, links. Ah. Geradeaus, geradeaus, links. Okay. Und jetzt? Und dann geradeaus? Ja. Und dann geradeaus. Ist da nicht? Nee. Ich glaube, vielleicht ist da irgendwie. Falls das jemand weiß, schreibt es in die Kommentare. Wird einem das irgendwo gezeigt? Ja, das ist doch. Ja, vielleicht müssen wir auf die anderen Dinger gehen. Weißt du? Warte mal, lass uns mal ausprobieren. Lass uns da mal das Ding so machen. Konnte man die anderen öffnen? Wie weit ich gekommen bin. Ich war fast am Ende. Wir können es schaffen. Okay. Du musst. Warte, pass auf. Guck mal, was ich jetzt mache. Ja. Okay. Du hast einen übersprungen. Ach. Ja. Hier warst du. Und rechts war falsch. Also wahrscheinlich eher links. Ja. What? Du hast den Schlammer getroffen, den ersten danach. Ja, doch mal. Danke. Ja. Ah, ich mache das jetzt. Guck. Guck es dir einmal an. Okay. Ja. Das war ich nicht. Nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich bin gut geschwungen. Ich bin, ich war auch mit drauf. Ah ja. Okay. Nee, ich habe aber gut gemacht. Nee, warte. Bruder, ich habe aber gut gemacht. Oh, ups. Ah ja. Ich wurde hochgeschossen. Ja, wir können dann mal kurz zurückgehen. Ja, ja. Ich meine, jetzt würden wir es schaffen, aber... Nee, dann mach doch, dann mach doch. Dann schaffst du jetzt. Dann schaffst du jetzt. Wir brauchen eh alle. Wir müssen eh alles machen für die Geschenke. Dafür geht... Also, ich will die Geschenke. Ja, das war ich. Das war ich. Da bin ich doch gerade auch hingesprungen. Ja, guck da... Ja, dann lauf mal alleine rüber. Nee, also wir wissen... Hier, die beiden. Und dann einen überspringen. Nein, nein, dann links. Ach so, dann links und dann einen überspringen. Oder bin ich dann nach rechts erst? Ich weiß nicht mehr gerade, wie ich gesprungen bin. Ah ja, ja, ja. Nee. Also, war es doch links? Nee, ich bin einfach nach links gesprungen. Das war es. Wir springen mal zwei nach vorne. Ja, warte. Nee, ich muss erst respawnen. Ach so. Dann könnte ich es ja auch machen. Fällt dir immer alles. So, wir gehen hier und dann gehen wir links. Ja, und dann einen überspringen. Okay. Ja, verstehe nicht. Hä? Oder ich bin die ganze Zeit auszusehen. Noch einmal... Ja, okay. Okay, okay. Warte. Warte, warte, warte. Guck, guck, was ich mache. Ja, warte, warte. Ich komme. Dann macht es Sinn. Dann macht es wieder Sinn. Pass auf. Geradeaus links und jetzt einmal geradeaus. Genau. Ah ja. Und dann bin ich rechts gesprungen. Okay, ich bin raus. Dann links. Dann links. Okay. Ja, wir sind so Spatzenherne. Wir haben es doch. Hä? Das ist unfassbar. Das kannst du keinem erzählen. So, das haben wir... Links. Geradeaus springen, meine ich. Geradeaus springen. Ein überspringen, ja. Aber jetzt zwei. Genau. Ah ja, sehr gut. Und dann rechts. Jetzt... Da, glaube ich. Springen, ja. Versuch so viel zu überspringen, wie du kannst. Ach so, dann den einen überspringen und dann rechts. Mach einfach, mach einfach, wie du denkst. Ja. Oh ja. Okay, warte, ich kann es schaffen. Lol. Nice. Was? Ich wollte es eigentlich so berühren, dass du nicht mehr grünen bekommst. Das dachte ich mir. Ah, eine Kiste. Oh. Geld. Oh, Geschenke. Die Geschenke. Alter. Boom. Mummy bottom. What? Nice. Ja, pass auf. Hier, da ist ein Murmel. Aber es ist super einfach. Kannst drehen. Oh, das ist ein Geschenk. Ey, du Geerlappen, wir holen es doch gleich. Warte. Ich komme mit. Ich muss doch ein Geerlappen. Oh ja, der Explorer. Oh, wow. Oh, genau, macht kaputt. Scheiß auf alles hier. Ja. Macht das kaputt. Was Archäologie? Archäologie. Oh, ein Pokal. Kannst du den hier draufpacken? Ist das das? Oh nein, oder? Ey, da muss die Murmel rein von oben. Ich glaube, das ist so was Archäologie-Ding. Ja, ja, ja. Das wird sein, ja. Das könnten wir, das sollt. Ich flieg's mal hier. Ja, sollen wir eigentlich mitnehmen. Äh, ja, also hier ist eigentlich gar kein Rätsel. Einfach nur ein Murmelspiel für Dullis. Ja. Okay, warte. Da wär's sehr schön, wenn du mir helfen würdest. Ah ja, ja. Warte, ich helfe. Wir dürfen es nicht verkacken, weil es sonst runterfällt und wir von vorn anfangen müssen. Ah ja, ja, ja. Ah, einfach laufen, nicht ziehen. Ah ja, warte. Laufen ist besser. Ah ja, ich helfe. Ja, das ist nicht bitte in die Richtung, sondern nur in... Warte, warte, warte. Ja? Ja, ja, so, so, nein. Ja? Bleib so, bleib so. Ja? Und jetzt muss ich nach links? Runter, runter, runter. Was ist denn runter? Ja, guck doch hin. Nein! Nein! Ja, kann ich nicht. Warum schiebst du denn in den Weinen? Ja, weil ich nichts sehe. Weil ich andersrum war. Ich war andersrum. Du kannst hingucken, ja, dann dreh dich doch. Ja, warte. Er guckt einfach nicht hin. Warum? Er gibt dir einfach selber ein Handicap. So, ja, okay. Und jetzt leicht runter noch. Leicht runter. Ganz leicht. Okay, und dann in die andere Richtung. Genau. Okay. Perfekt. Reicht klatsch ich die eine. So, jetzt nimm. Ja, du musst weiter. Wollt ihr auch mal freiklingen? Ja. Ja, guck, wie krass ich hab. Ja, perfekt. Und jetzt so oben, danke. So, ich geh ein weiter, Palette. Ja, 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 ich hab's davor. Reh ruhig. Warte, ich geb's dir. Das ist wie so ein Vogel, der seinem Baby was gibt. Ja, oh ja. Ich spuck's, ich spuck's. Ich spuck's, ja. Schieb rein. Ja, okay. Jetzt machst du jemanden nach den anderen. Ah, ja. Ja, oder wir machen so. Genau. Schieb rein. Ja. Ja, perfekt. Ja, genau. Oh nein. Nein, 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 nein. Nicht nach links. Doch, doch. Nach links. Doch, doch. Okay, okay, okay. Seh. Jetzt einfach nur runter. Ja, ja, okay. So, Leute, das war's mit einer weiteren kleinen Folge von Wobbly Live. Und wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei. Der ist ganz oben in der Videobeschreibung. Verlickt. Und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Danke fürs Zusehen, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.